Eine tolle zurück, Babi! Danke! Oh, Freunde, Feinde? Nix. Oh, das sieht schön aus. Oh, ist das die Milchstraße. Oh, da will ich immer bleiben. Wir sind doch in der Milchstraße. Ja. Also unser virtuelles Ich, wir sind natürlich hier in der Realität, ne? Ja, natürlich. So, Exo-Anzüge anziehen und auf dem Planeten mit euch. Oder Schiff, oder was auch immer das heißt. Exo-Anzüge? Das ist eine Waystation. Dann brauchen wir ja keine Anzüge, oder? Nee, da braucht er keine Anzüge für. Unser Captain wieder, ey. Captain! Mhm. Aber die gehört der Colonel Union, also wisst ihr Bescheid, ne? Die sind nicht wir, wir sind die WD. Hä? Es ist sehr dunkel hier. Roddick geht auf Nummer 10. Bluten, plündern und alles, was uns töten wird. Blündern und zerstören. Hier gibt es Gegner, das sind eigentlich Roboter. Oh, hier ist ein Klo. Kann man bitte jemand, geh bitte weg, gehen sie bitte raus. Vier Gegner. Herr Captain, das ist sexuelle Belästigung. Oh, ich will auch auf Toilette. Ach, was sexuelle? Oh. Ich will duschen. Ey, ihr Männer, geht weg. Bitte gehen sie weg. Geht weg, ich will duschen. Oh, also du duschst und ich Kapi nehm die im Klo. So, ich geh duschen. Ich werd das jetzt gleich verkacken. Nicht auf Kraft. So, ich hab geduscht. Und ich bin jetzt auch fertig. Und warst du kacken? Ja. Voll die Wurst. Aber du sollst die Klospülung benutzen. So. Oh, immer die Klospülung. Ja. Aber den Deckel muss ich nicht so machen, ne? Nee. Gut. Aber ich muss sagen, deine Wurst hat ganz schön gestunken. Dankeschön. Wow. Ihr seht alle sehr komisch da oben aus, muss ich mal so sagen. Guck dich mal, wie du spielst. Ah! Oh, Gegner. Warum fahren wir denn nach ganz unten? Der floated einfach nach oben. Ich wurde in den Popo gebissen. Jetzt bin ich tot. Iiiiiiii. Ja, wenn ich da grad zugucke, derjenige hatte kein Licht an. Da sollst du mal F drücken. Würde sagen, wir sahen von unten oben durch. Richtig. Aber ich seh noch. Also ich seh auch noch. Ich hab Licht an. Oh, ein Mikroskop. Research Logs. Ja, das wollte ich grad aufsammeln. Genau, die brauchten wir. Die brauchten wir. Deswegen bin ich in den Erdgeschoss gefahren, weil ich genau wusste, dass die da sind. Ja, 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 ja. Alles Kalkunde. Spoiler. Der Ketten hat das Erdgeschoss angesteuert. So, zweimal kurz. Ah, Ratte. Hinter dir, Roddick. Nasen, ähm. Einhorn. Ein Gegner ist noch hier. Infiniere hier. Hier in der Station. Ja, und wo? Oh, schönes Bett. Jetzt ist er weg. Wahrscheinlich war es noch die Leiche denn gerade. Warum ist das das einzige Bett mit nem orangenen Küssen? Weiß nicht. Weil's meins ist. Ich liebe Orangenen. Mysteriös. Meins war glaub ich weiß. Tschüss. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Penner hat auf die andere Seite geschaut. Okay, tschüss. Ey, du Penner. Wie komm ich jetzt hier hoch? Ich schick ihn euch. Wir sind hier im falschen Stock. Wir müssen noch eins hoch. Onkel Alfred. Ist auch da. Dass man sich einfach so hoch kann. Das ist, ähm. Nein, Stockwerk 4 waren wir noch nicht. Ja, ich bin in der 4. Aber hier ist nicht wirklich was, glaub ich. Hier ist ein leerer Cargoraum. Uh, ich hab's geschafft. Und hier ist ein leerer Cargoraum. Ich kenn das nicht, ne. War ja noch nicht. Also ich... Nicht, dass ich wüsste. Die Migrationssehen ja alle irgendwie gleich aus. Hm. Hm. Ah. Ey. Hallo. Was ist los? Wer ist hochgefahren? Der Onkel. Ichi. Will mal sehen, was hier oben ist. Und wo ist Wache? Hier oben ist irgendwie nichts. Ich bin auch oben. Warte, ich komm hier nicht mehr. Ihr müsst Peter abholen. Ha. Oh, ich hoffe, ich bin hier safe. Ich bin gerade zwischen zwei Stockwerken und der Fahrstuhl ist gleich an mir vorbei. Ach, doch nicht. War ja glückhaft. Oh. So, ich bin wieder da. Jetzt geh nach unten schnell. Oh, oh. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallo? Hallo. Wie viel Spaß hier einfach so fast aufzukommen, ey. Wie viel Spaß hier geht. Oh, 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 oh. Oh ja, du hast vor dir sagst. Und ich habe mich eins zu hoch gesprungen. Oh, 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 oh. Jetzt gehts wieder hoch. Oh mein Gott. Was ist los mit euch, Leute? Wo seid ihr? Hallo. Wo sind wir eigentlich, in der 4 oder in 3? In der Drei, gell? Wo ist eigentlich der Kapitän hin? Der geht sich bestimmt grad einen wichsen. Oh mein Gott, es tut mir so leid, ich sollte auch sein, solche Sachen zu fangen. Ich wollte es doch jugendfrei halten. Und wie kommt es jetzt? Hallo, ich muss wieder zu euch hoch. Wer tut mich nach oben fahren? Danke. Hier oben wird geschossen. Oh, muss ich noch Spaß? Hallo. 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 Hier wird geschossen, ich höre Waffen. Oh, sag mal, Leute. Was hast du da? Vielleicht ist ein Jeff. Können wir dann wieder aufs Chef zurück, da fühl ich mich irgendwie wohler. Okay. Hier gibt es eh nichts mehr zu holen. Auf welchem Stück weg seid ihr? Ich war aufs Chef. Hallo. Ich warte auf dich. Eins runter, nee, zwei runter. Auf der Nummer zwei. Okay. Nee, warte, auf der vier. Viertes Stockwerk. Schiff einfach raus. Schiff raus, schnell, schnell! Und Herr Käpt'n, wie legt die Waffe so? Wo denn? Nicht da? Eins runter, genau. Ja, momentan schlecht. Sie haben etwas versteuert. Ja, was versteuert? Ist der kalte Kopf? Ich glaube, wir werden dieses Schiff zerstören. Nee, auf die drei. Welche Chef? Das ist eine Station. Warte, ich rufe es mal eben. Hä, oder wo ist die Station? Ach, der Käpt'n ist wieder da? Hier. Hier, wir raushüpfen. Weiß nicht, vielleicht auf den Asteroiden hier vorne? Achso, dann. In dem Asteroiden. Das ist ja langweilig. Ja, nix anders ist hier um und rum, ne? Ey, das ist mein Platz, Käpt'n. Das ist auch noch eine Waystation. Nein, nein! Wohin? Ich hab noch gespend! Ja, nein!